Was kann ich in dieser Situation machen? Wir haben unsere Lebensweise positiv verändert. Aber in regelmäßigen Abständen erreichen mich Gerüchte über seine Untreue. Entweder besucht er Prostituierte oder er geht fremd mit wesentlich jüngeren Frauen. Das kränkt mich sehr. Das Doppelleben meines Ehemannes kann ich mir nicht erklären. Ich habe versucht, die Ursache in meinem Inneren zu finden. Vergebens. Was stimmt nicht mit mir? Was kann ich machen, um für meinen Ehemann wieder attraktiv zu sein? Die Ehe zu erhalten, scheint mir aussichtslos zu sein. Wenn sie das alles beherrscht, dann wird der Mann nicht einmal daran denken, fremdgehen zu wollen. Er wird andere Frauen nicht einmal ansehen. In den Weden gibt es dazu einen Vergleich. Wenn sie mit Hilfe von Eigendünkel sagen, ich habe aber diese Verpflichtungen und die Frau hat diese, dann wird die Familie selbstverständlich zerfallen. In diesem Fall kann es keine Harmonie geben. Was ist echte Liebe? Echte Liebe ist nicht Sentimentalität, nicht Anhänglichkeit und auch nicht Lüsternheit. Sehen wir uns die etymologische Bedeutung des Wortes Liebe an. Auf Russisch heißt Liebe любов. Es ist zusammengesetzt aus drei Wortsilben. Diese Silben stehen für drei Wörter. Лю steht für люди, bedeutet Menschen. Бо steht für Багов, bedeutet Götter. Das Wort Liebe bedeutet Menschen, die den Willen der Götter kennen. Damit sind Menschen gemeint, die die Naturgesetze achten und befolgen, welche in den Weden von unseren Ahnen aufgeschrieben wurden. Genau das ist Liebe. Was ist Stammgöttlichkeit? Stammgöttlichkeit Stammgöttlichkeit bedeutet Verehrung Gottes über die Verehrung seines Familienstammes, seines Volkes und seiner Rasse. Stammgöttlichkeit ist nicht Monotheismus und auch nicht Polytheismus. Stammgöttlichkeit ist das Verständnis von der Einheit über seine Vielfalt. Es ist ein wesentlich tieferes Verständnis der Welt als über monotheistische oder polytheistische Philosophien. Ich bin eins mit meinem Vater. Das bedeutet Stammgöttlichkeit. Ich bin ein untrennbares Teil der Natur. Ich bin die Natur. Ich bin der Familienstamm und außer mir gibt es hier niemanden. Ich bin für alles verantwortlich. Wenn ein Mann und eine Frau auf Grundlage der Vernünftigkeit handeln, kann es dann zu solchen Schweinereien kommen, frage ich euch. Wenn jeder seine vorgeschriebenen Verpflichtungen dem Ehepartner gegenüber erfüllt und wenn jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist. In den Veden steht geschrieben, dass die Familie die beste Schule ist. In einer Familie ist die Evolutionsentwicklung am besten. Jedes Familienmitglied ist wie ein Spiegel für uns. Das ist der Vorteil einer Familie. Wenn ich mir also meine Ehefrau ansehe, dann ist es so, als ob ich in einen Spiegel schaue. Wenn ich falsch gehandelt habe, dann wird mir das durch die Ehefrau umgehend gezeigt. Ich dachte mir, ich bin so ein cooler Typ, kann alles, weiß alles, aber nein, dem ist nicht so. Und die Ehefrau zeigt mir, wo ich mich geirrt habe und wo ich falsch gehandelt habe. Und ich sehe, jawohl, es ist tatsächlich so. Und ohne die Ehefrau hätte ich das überhaupt nicht gemerkt. Genauso ist es auch mit den Kindern. Ich dachte mir, ich bin so ein toller Vater, aber Moment mal. Irgendetwas stimmt nicht. Mein Kind benimmt sich schlecht, fühlt sich nicht gut, entwickelt sich schlecht. Irgendetwas mache ich falsch. Meine Enkelkinder, mein Vater, mein Großvater, das sind alles Spiegel, durch die wir uns selbst betrachten müssen. Auf diese Weise erfahren wir uns selbst. Könnt ihr euch einen besseren Trainingssimulator ausdenken, wo wir uns selber von der Seite betrachten können? Es ist bequem, einen fremden Menschen zu lieben, aber versucht mal eure Familie, eure Verwandten zu lieben. Durch sie werdet ihr euch selbst sehen. Das ist Familie. Wir aber denken, dass wenn wir die Familie zerstören, sie verlassen oder fremdgehen, dann wird alles besser. Das kommt alles von der Unwissenheit. Wenn jedes Familienmitglied die Vorteile des Familienlebens verstehen würde, würde er das dann alles zerstören? Das kommt alles von der Unwissenheit. Weil wir in unserem Leben Eigendünkel benutzen, anstatt Vernünftigkeit zu praktizieren. Wir haben vergessen, wofür die Familie da ist, wofür der Familienstamm da ist, wofür das Volk da ist, wofür generell unsere Welt da ist. Das kommt vom Eigendünkel. Jeder hat seinen Standpunkt und jeder kriegt seine Fußtritte. Durch die Wohnung. Der Schwarzwälder In der Uhr. Woidi Eren. Ich habe den Weg gelaufen, denen du Fre種 Leeuupon aufgeführt. Er anf birthdays ins fünf viernes. Okay, das mache ich gleich. Vielen Dank.